Radio Schleswig-Holstein, schönen guten Morgen. Goldene Zeiten sind angebrochen im Funkhaus Wittland. Dem Goldrausch erlegen, aber dennoch frohen Mutes gehen die RSH-Moderatoren ans Werk, während sich manche ihrer Hörer den guten Morgen schon am Abend vorher versaut haben. Aus dem Radio schöpfen sie Kraft für die Herausforderungen des Tages. Und da kommt RSH Gold gerade recht. Präsentiert wird dieses Spektakel von meiner Kollegin Christina Menz. Das ist die hier. Und Ladies and Gentlemen, we proudly presenten Mr. Volker Haidt. Das ist der. Und das ist der Boss von den beiden. Von Kiel aus wollen die drei nun die ganze Republik erobern. RSH Gold ist die erfolgreichste Verleihungsshow Norddeutschlands. Damit alle etwas in Deutschland davon haben, veranstalten wir diese Show gemeinsam mit RTL Plus. Ist er nicht goldig? Langsam erwacht auch unser Radiohörer. Und vor seinen müden Augen spielen sich merkwürdige Dinge ab. Das Goldfieber hat alle gepackt. Okay, Christina, lass uns üben. Showtreppe. Auf geht's. Achso, geht los. Guten Abend und herzlich willkommen zum fünften Mal RSH Gold. Junge, oh Mann, Mann, Mann. Ne, komm. Hey, das ist Harald Junke live. Äh, nochmal bitte. Ja? Unser radiohörender Freund kann immerhin schon wieder geradeaus gehen. Doch auch er muss irgendwann einsehen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Sag mal, was siehst du eigentlich an zu RSH Gold? Ach, Volker, ich hab keine Ahnung. Das ist auch nicht der rechte Fummel. Also weg mit dem Kram hier. Ich hab was für dich. Ehrlich? Baby, absolut knallig. Den goldenen Tanga. Ist er nicht goldig? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Also dieses Ding, das kannst du dir an den Hut stecken oder selber anziehen. Hab ich schon. Wie gesagt, goldene Zeiten sind angebrochen im Funkhaus Wittland. Bald schon kommt der Tag, da wird das Goldpärchen auf dieser Bühne stehen. Und unser treuer Hörer möchte unbedingt in ihre goldene Mitte. Karten für die Show des Jahres gibt es ab sofort. RSH, guten Tag. Das tut mir schrecklich leid. Die Karten sind leider komplett ausverkauft. Sie können die Show aber live auf RSH erleben, über die Aufzeichnung am nächsten Tag. Und RTL zeigt die Show am 28. Februar. Viel Vergnügen. Goldig.